Das ist Caruso dabei, der löst das, ne? Caruso hat heute einen Off-Day, der ist raus. Verstehst du? Der streamt heute gar nicht. Verstehst du das? Ja, aber der hilft zwar. Der hilft doch. Nein. Er meinte aber, er ist heute gar nicht am PC und deswegen kann er auch nicht helfen. Und er glaubt nicht, dass es 10 Leute schaffen. Ich fahr jetzt nicht, Ope.